So, herzlich willkommen zu diesem kleinen Vorwort, zu diesem echt, ja ich sag mal recht behinderten Video. Das Ding ist eigentlich nur relativ spontan entstanden, weil Marcel und ich uns dachten, wir haben Bock auf was anderes als im Ernstensziel, komm lass ausprobieren. Naja, und ich dachte mal, komm, das nehmen wir nebenbei auf. Die Qualität ist nicht top, auch Audioqualität nicht. Das, was ihr sonst gewöhnt seid, aber das Video ist recht lustig, deswegen, ich hoffe es gefällt euch, ihr könnt ja mal drunter schreiben, was ihr von diesem Ding haltet. Ja, schaut euch das Video an, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Alter, was für ein geiler, ja meine geile Leiter, da kann ich dich auch ausfahren. Ah, ich bin so... Oh, sie geht sogar auszufahren, Alter, was für ein geiler Scheiß, Alter. Ja, ja. Ey, pass auf, ich leite euch jetzt irgendwo an. Ich leite an deine Engine an, Alter, komm her. Komm her, Fähig. Aber weiter geht nicht, bin ich schon da? Aber weiter runter geht, glaube ich. Habt ihr so angehört. Möp, möp, möp. Also, okay. Und ich... Oh, ich kann sogar hochklettern, guck mal hier, Alter. Ja, dann hast du bestimmt geil aus, pass auf, ich mach das jetzt. Geht's mal ganz hoch. Wenn ich nicht hier hochfahre, mach doch mal Müll. Aber ich kann schon mal die Leiter bedienen, Alter, wie geil. C. Ey, man kann die Leiter hochgehen, wie geil ist das denn? Ey, guck mal. Ich bin ein Feuermann, ich geh die Leiter hoch. Ich hab keine Ahnung, was ich da oben soll, aber ich geh erst mal hoch. Da sieht man erst mal, wie unglaublich hässlich die Map ist. Und wie unglaublich klein, Alter. Das ist ein Heftgelände. Achso, okay. Gibt auch noch die Stadt. Ja, das Testgelände ist einfach mitten ins Meer gebaut, ohne irgendwelche Chancen überhaupt da drauf zu kommen. Was passiert? Wie hoch kann ich gehen? Ich fall runter, Alter. Leck mich. Ich fall, ich will dich fallen. Ich fall runter, ich kann in der Luft fliegen. Ich kann springen in der Luft, wie lustig. Ja, ich falle halt nicht, grüß dich. Warte mal, Image NYC. Oh, man kann nicht sterben, alles gut. Ach, ich kann sogar flitzen, Alter. Ich bin richtiger Runner. So, jetzt wollen wir die Leiter mal wieder reinholen. Ich bin der überzarte Drehleiter-Maschinen ist die Junge. Fahrzeugsteuer-Krank. So, dann wollen wir die Drehlatte mal wieder voll aufs Dach klatschen lassen. Bei mir ist die noch in der Luft und fährt gerade runter. Ja, ich fährt jetzt auch gerade runter. Ah, okay, also synchronisiert, immerhin. Das kann doch nicht sein, dass man die Karte nicht bewegen kann. Doch, das geht bestimmt. Ach, mal, leck mich. Steuerung? Man kann sogar die Stützen rausfahren, Alter. Ja, ja. Was geht alles? Platz 1, Platz 1. Hast du eine neue Karre besorgt? Nein, wieso? Oh, nein. Mich würde halt interessieren, wie fahre ich los? Ich meine, ich habe doch die Handbremse eigentlich. Motor aus. Motor an. PQ. Ich habe es schon mal geschafft loszufahren, das weiß ich. Da muss ich auch irgendwie gehen, Alter. Man hört halt, wie mache ich die Sirene wieder aus, okay? Man hört halt, wie der Motor hochdreht, aber es passiert halt nicht. Das hört sich ja so dämlich an. Wie so ein Hund. Das geht nicht mehr aus. Mapp, mapp. Ich kann das auch, warte. Mapp, mapp. Ich will jetzt hier losfahren, also ich habe einen Einsatzmann. Ja, Leute, wir können leider nicht ausrufen, keiner weiß, wie man hier los hat. Warte mal, F5, nee, wann man dort macht irgendwas kaputt, wenn ich das drücke. Geben der Scheiße, nicht mehr aus. Mach aus. Es geht nicht. Nein, man muss doch. Warte mal. Man muss doch hier irgendwas drücken. Ich glaube, das schwellt wieder ab. Ja, dumm. Das ist ein Rumbler. Achso, ja, klar. Was war ein Rumbler? Doch nicht. Passiert nichts. Doch irgendwo hin. Es ist halt lustig, dass man hört, wie die Bremsen, wie die Druckluft bei der Bremsen arbeitet, aber nichts passiert. Neu-Off-Z ist auch noch die Sirene. Ne, doch nicht. Machst du das gerade? Ja, das war ich. Da muss man vielleicht wirklich irgendwie eine andere Person sein. Nein, 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 nein. Das muss doch gehen, Altu. Weiß, ich hab's kaputt gemacht. Was ist das? Ey, hier gibt's bestimmt irgendeinen coolen Trick und du wirst es bloß nicht. Pass auf jetzt. Leu, sitz ich. Ich sitz doch gar nicht mehr auf dem Fahrerplatz. Leu. Das muss doch eine Handbremse sein, oder? Weiß ich nicht. Ich hab's, glaube ich, komplett kaputt gemacht. Handbuch Deutsch. Ich spiel auch mal lieber Window, vielleicht geht's an. Ah, ich glaube nicht. Oh, ist der hier, ist der hier richtig schön trashige Spieler, Alter, eigentlich. Total geil. Wirklich lustig. Oh, ganz toll bist. Dass er deine Einstellung nicht speichert. Oh, wir hatten ja das jetzt gemacht, hier loszufahren. Nee, der fährt nicht bewusst, okay. War auch schon mal geschafft. Hä? Hm, blöd. So, ich hab schon wieder einen Raum auf. Na, sofort. Muss doch gehen, Alter. Ach, warte mal, hier. Aha. Okay. Warte, ich starte. Ich komm rein, dann probieren wir noch was. Recht, ich habe eins lösen gewonnen. Eins lösen. Okay. Starten. Wird ja auch entwickelt von damaligen EM4-Modern, ne? Ja. Äh. Hätten lieber bei EM4 bleiben sollen. 20, 20, jetzt. Ready. Jetzt geht's los. Ich hab auch meine Leiter wieder, Alter. Bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Ich bin immer noch bereit, ich bin immer noch bereit. Ahn. Was heißt trash, bitte? Das ist eigentlich echt geil gemacht von der Idee her. Von der Idee her, ja. Das ist echt gut. Das läuft jetzt schon besser wie ein Notruf. So, warte mal, wie konnte ich jetzt nochmal... Ach, New Unit. Okay, warte mal, jetzt hab ich was kaputt gemacht. Ach, wir schieben das Fenster einfach weg, wenn wir das nicht brauchen. Mach's gut. Läuft die 1. Ach man, das wird wahrscheinlich nochmal neu starten. Ich hab ja wieder diese Lade-Schnecke von Windows. Ach, film dich doch. Ja, das ist abgeschmiert. Ich glaub, das läuft ja beim Host so gut. So, Join, Officer. Komm nochmal rein. Das lächerlich. Jetzt hab ich hier ein Fenster und krieg's nicht weg, ganz toll. Ja, was mach ich denn jetzt damit? Geh weg. Kriegst du den jetzt. Den Namen immer wieder neu eingeben musst. Hm? Ja. Den Namen immer wieder neu eingeben musst. Ja, aber es ist ja absolut nichts gespeichert. Okay, wir schieben es einfach da unten hin, da stürzt es nicht. Ist das wirklich so? So, ab in meine Leiter, Alter. Rein, dann vielleicht... Wir legen die Fenster und schieben, das war in der Sinn. Vielleicht war die Leiter einfach nur kaputt. Und jetzt hab ich eine bessere. Was ist denn das? Ich kann aber auch nicht fahren. Achso, ah, okay. Du klingelst, Telefon, hallo, wer ist da? Ist da Patrick? Also, jetzt hab ich hier mein Startspiel und den kann ich jetzt hier mein Auto auswählen. Jetzt hab ich. Ah, hier. Denn es, jetzt. Eines Tages werd auch ich fahren können. Bestimmt. Ich nehm jetzt mal eine andere Engine. Driver. Oh, Telefon. Sag ich doch. Ich hab bestimmt ein Einsatzalter und wir können nicht losfahren. Bestimmt. So, Alter, pass auf. Du kriegst's. Ja. Wie hast du's gemacht? Sag's mir, sag's mir. Sag jetzt, ich hab sofort, wie du gefahren bist, Alter. Mach. Drück mal P wie Parking Break. Nein. Nein. Was für ein Scheiß, Alter. Auf zum Einsatz. Alter, meine Leiter ist schneller als deine Scheiß Engine, Alter. Die gibt dir richtig. Junge, ist das laut. Die gibt dir richtig. Oh, ne. So, aber alles laut, ne. Er muss halt leider machen. Brauch ich mir da aber auch mal ein bisschen. Oh. Oh, scheiße. Witzige Geschichte. Ladder Truck Nummer 66, Status 6. Wir brauchen eine Mathe Rüstgruppe. Ich hab's zum Unterlegung. Er holt dir halt eine neue Kerle. Da mach ich auch immer. Wie ging das jetzt nochmal? Mal wieder. Auf das Menschen von der 2 Klinge. Okay, also wir fahren, war schon mal rausgefunden. Ne, nicht das Männchen. Uniforms. Hey Leute, jetzt kann ich keinen Typen das bauen, aber was. F2, ah doch, jetzt geht's. Oh, die hat wirklich so einen amerikanischen Wendekreis, ne. Ja, die Kalle. Das ist falsch. Jetzt mach ich nochmal im Gebäude 4 ein Feuer. Okay, warte. Ladder 68. Gib mir. So, das Fenster wieder runterschieben. War natürlich ein Stück über die Stelle, damit die Leiter auch noch hin kann, ne. Wo, altert das nicht mal eine fette Leiter hier? Ach, das ist ein Z. Ne, das nenne ich mal eine Leiter, ja. Pass auf jetzt. Also. Achso. Engine 32 hat ein Triff. Ja, warte, Leiter fährt auch gleich sobald. So fährt jetzt, pass auf, jetzt waren wir mal volle Leute Blaulichtern machen. Der F3 müsste ich jetzt mal ne. Ja, genau. Sport Uniform. Warte, die Leiter ist aber schon langsam, ne. Hab ich jetzt auch eine Art Verbrannt. Ja, so wie ich ihn ausrüsten kann, weiß ich nicht. Das war eng. Ja. Pass auf jetzt, jetzt baue ich dir die Leiter auf, das mache ich dir. Krieg ich hin. Äh, im Moment hab's ne Handlauber. Ja, das geht's, warte. Warte, 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 ich muss mal gucken. Open, close. Nein, das wollen wir nicht. Hier irgendwo kannst du... Ach, nein. Status ist gelockt. Okay. Aha, so wenig also meine Ausrüstung aus. Alles klar. Ich hab ja schon mal einen Feuerwehrschall in der Hand. Er kann auch löschen. Meine Leiter fährt von alleine. Warum macht sie das? Ey, warum steht das? Hä? Warte mal, jetzt fahren die Stützen auf einmal aus. Was macht meine Leiter denn? Warte mal, meine... Ey, hallo? Ey, stopp. Ey, warte mal, der Gebäudewand ist doch hier, du musst dich wegfahren. Ähm. Warte mal, ich muss mal den Leiter mal zurückholen. Die wollte irgendwie alleine Rückgranz fahren. Warte mal, was auch immer du da tust. Das weiß ich selber nicht. Guck mal, jetzt muss ich nur noch irgendwie... Ach, ich glaub, so geht die Handklampe, oder? Was ist das? Denk, vielleicht. Kann ich den Feuerwehrschall holen? Ich glaub, ich hab's kaputt gemacht. Na, scheiß drauf. Oh. Sehr gut, dann. Weiß ich doch nicht. Ohne Kettensäge. Was machst du da? Ich guck gerade, was die Trucks auch in Beladung haben. Aber rausgefunden, dass du eine Kettensäge auf deinem Truck hast. Hast du auch irgendwo mal so was wie ein Halligen-Tool? Hast du mal auf, ein Auto auseinanderzubauen? Er macht die ganzen... Er macht die ganzen Dings wieder zu. Ich glaub, du siehst dich nicht mehr anders. Ah, ich hab... Ich habe... Was hab ich hier gefunden? Eine Axt. Eine Axt. Damit krieg ich jetzt zumindest mal die Tür aus. Oder? Ah jo. Der schlägt die Tür rein. Ich kann durch den Boden fahren mit meiner Leiter. Guck mal hier. Ja, ich sehe es. Aber, ach, ich bin doch durch die Container durch, ne? Dann geht's ja. Aber die Leiter ist doch trotzdem noch nicht komplett abgestützt. Warum geht denn das nicht? Also, ich hab rausgefunden, dass es schon mal nicht... Ach, ich muss stehen bleiben. Einmal kurz drücken und stehen bleiben, okay. Kommt sein, ne? Ich hatte doch die Akku-Karte von da. Ah, okay. Jetzt bin ich schon mal komplett abgestützt. Leider ist einsatzbereit. Baut ja mein Auto aus. Alter, du siehst dich wohl nicht mehr. Ich brauch ein Heiligen-Tool. Du bist eine Engine. Du musst doch eins drauf haben. Ne, ich hab ehrlich gesagt keinen drauf. Was ist das für eine Engine? Also, was ne. Wenn jetzt hier was drauf... Ne, hier hast du ein Feuerwäscher. Mepp, 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 mepp. Einmal durch die Bude durch. Stört nicht, hei, 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 hei. Ah, hier sind Heiligen-Tool. Jawohl. Da hab ich aber zwei Sachen in der Hand. Wollte ich gar nicht. LOL. Komm mal zu mir. Ja, geil. Was ist denn da? Oh, was ich hier in der Hand hab. Was ist denn das? Heiligen-Tool mit Axt kombiniert. Glaubst du das nicht schon mal in Chicago Feuer? Ja, geil. Wir haben nicht bei uns in der Wehr auch, aber das ist ja mega nice. Ja, habt ihr? Ja, krass. Ja, ja. Kannst du denn deine Pumpe irgendwie starten? Doch, da stand doch gerade was. Ja, ja, du kannst meine Dachkanone benutzen. Das hab ich rausgefunden. Ja, aber musst du auch irgendwie... Ich meine, wir müssen doch auch irgendwie... Hast du Schläuche? Steht irgendwas nochmal? Ach, du Brot. Put the Z-Line, put the Ray-Line. Ja, ne? Ray-Line ist das doch mal, glaub ich, oder? Oh, ich hab einen Schlauch. Ich glaub' mir grad, wie sich die Axt wieder losfährt. Jetzt frag' ich mich grad, wie kann ich denn meine Leiter bitte einspeisen? Die muss ich doch irgendwie einspeisen können, oder? Hier hinten bestimmt. Oh, ich hab hinten noch Leitern drin. Ach so, okay. Also, so benutze ich... Aha. Ach, hier kann ich, glaub ich, die Leiter einspeisen. Ja, man könnte sie einspeisen, wenn da was stehen würde. Da steht aber nichts. Das ist ja äußerst interessant. Hallo? Ich will aber die Axt nicht in die Hand nehmen, sondern ich will sie weglegen. Vielleicht kann ich die... Ne, das ist ja Quatsch. Leg doch diese verfickte Axt weg. Endlich. So, jetzt nehm ich ein Haligentor in die Hand. Oder auch nicht. So, jetzt hab ich hier... Äh, Z-Line. So, jetzt leg ich den Scheiß mal hier hin. Ne? So, pass auf, jetzt brauch ich aber. Wie hast du dich denn mit Dings ausgerüstet? Mit PA? Ähm, Auszeiger, das du dann hast. Und dann auch das Mention von F3, glaub ich. F3. Shorts, Sweater, Default, Unifu. Okay, okay, alles klar. So, jetzt... Ja, hier ist ein riesen Brennschleifer drin bei dir. Ich suche ein Strahler. Hast du ein Strahler? Da gereist, dafür geh doch als Suchbro. Was? Oh, hier ist die Pumpe. Ich hab die Pumpe gefunden, Alter. Das stimmt, nee. Attack Line, Pumping Water. Aber ich brauch trotzdem noch einen Strahler. Gib mir... Du brauchst erstmal ein Haligentor, weil die Tür verschlossen ist. Ach, ich hab eine Leiter, Alter. Da fahr ich durch. Okay, das ist Schlauchpaket. C. Hey, doch das scheiß, das pumste Haligentor. Das kann doch nicht wahr sein. Und Feuerlöscher und irgendeinen Koffer? Wo habt ihr denn... In Nix-Etern-Halligen. So, pass auf, jetzt starte ich mal die Pumpe, ne? Ja, komm, gib mir das Haligentor. Ja, Haligentor. Oh, ich... Ich hab ein Strahlerohr gefunden. Huuuuh. Kann ich... Ich weiß, wie man springen kann, okay. Ja, wie kann ich denn jetzt das Strahlerohr bitte mit dem Schlauch da unten verbinden? Okay. Okay. Kann man sich Atemschutz anlegen? Oh, ich guck mal, ich hab ein Schlauchpaket, Alter. Ich bin voll einsatzbereit, Junge. Motherfucker, guck mal, wie schnell ich laufe, Alter. Wuhu. Warte mal. Das muss ich doch... Was kann ich denn jetzt mit dem... Kannst du von hier, von der Ecke links, ein Haligentor aufnehmen? Ja, was soll ich denn noch alles in die Hand nehmen? Open, close? Warte mal, ich muss das mal was ablegen. Wie kann man ablegen? Haha. Okay, das ist... Wie? Also hier steht, Pick up Halligan Tool. Pick up Halligan. Ich hab ein großes Problem. Das war ja. Okay, doch, hab's gelöst. Nein, hier gehen die Roller, also auch. Okay, alles klar. Das Feuerlöscher kann das in die Hand nehmen. Wo hast du denn hier ein Halligan Tool, wenn ich fragen darf? Okay, Ecke, linkes Gerät, einfach. Wenn du auf STRG... Ja, ich weiß, aber ich sehe immer noch keine nachlinke Tür irgendwie. Halligan. Der Halligan, Axt und Feuerlöscher an der Ecke. Ich hab Feuerlöscher, Feuerlöscher. Ich hab wirklich nur ein Feuerlöscher. Doch, jetzt hab ich's kurz gehabt. Hat er's in der Hand? Ja, ich hab's in der Hand. Okay. Progen wir hier aufzumachen. Der Start, äh, State is locked. So, oder? So, was steht da? F. Mach ich irgendwas? Nee, tut mir mein Platz da so far mit der Maustasten. Doch, jetzt macht er irgendwas. Er drückt drauf ein. Passiert aber nichts. Ach, leu. Ist das? Door? Door. Jetzt offen. Open if unlocked. Kick. Ich glaub. Da hat's schon wieder kein Ding mehr. So, ist auf. Bist auf, ja. Das hat eigentlich schon vorher gestartet da drin, ne? Nein. So, pumpe es. Dann erst mal was finden, wie beim Wasser kommen. Also, pumpe es an. Wir müssen nur noch irgendwie ein Staurohr anschließen. Ja. Wollt ihr ein Staurohr? Ah, hier. Ja, ich weiß halt nicht, wie das anschließt. Ich hab hier einen Schlauch liegen. Ach, doch, und dann probier mal. Pass auf, jetzt. Kann ich den Schlauch jetzt wieder aufnehmen? Geh mal hier ran. Kannst du irgendwo's tanken? Ja. Pull Attack Line hab ich. Mach mal. Nee, geht nicht. Hab ich R? Nee. F auch nicht. Nee. Also, ich kann Attack Line zum Beispiel holen, ne? Pull Attack Line, so, hab ich. Aber nett, wenn du ein Stauroh in der Hand hast. Und jetzt probiere ich einfach mal ein Stauroh zu nehmen. Das könnte gehen. Pumpe. Meine Fassade. Ja, ich weiß halt nicht, wie ich jetzt an eine Stauroh ankomme. Ich glaub, du musst das im Schlauchpaket machen, wenn das sei. Ich hab ja ein Schlauchpaket auf dem Rücken. Ich auch. Ja. Einfach alles eine Freude, schau was. Nein, ich will jetzt hier einen Schlauch haben. Guck mal, Alter, guck mal, ich kann die mega weit ziehen. Eck Apfel dran, natürlich. Naja, das ist geil, da kommen sogar immer mehr Schläuche raus. Ich möchte jetzt da noch ganz gerne. Kann ich das aufnehmen? Nee, ne? Weil Tagline ist doch eigentlich normaler Dingens, oder? Na, das ist für mich Angriff, oder? Also... Äh, eigentlich bestanden. So, der Pumpe ist gestartet. Ist das vielleicht das Ding in hier? Hier? Äh. Da stand grad irgendwas... Hier ist scheinbar grad so ne Art schnellangriss, oder? Wo ist denn jetzt hergezauber? Von hier vorne? Vorne. Nach Front, äh... Was hat mich jetzt natürlich mal interessieren, oder? Wie hast du die Lampe angekriegt bei dir? Äh... Steuerung. Wo ich dann da Pumpe... Man pack doch mal das scheiß Halligentür weg, wer will denn das? Jetzt bin ich am Dachmonitor, ich kann am Dachmonitor nichts machen. Kann ich glaube ich machen, oder? Kannst du mal bitte das? So, Dachmonitor bewegen kann ich schon mal. Warum hat denn meiner immer noch das scheiß Ding in der Hand hier, den Scheiß? Und man kann sogar nen Helm absetzen. Konnte ich nen Wasser ran, ich, äh... Pass auf, jetzt probiere ich was. Bist du jetzt hin? Ich möchte noch ein anderes Fahrzeug holen. Das Halligentür ist runtergefallen. Meine Fresse. Da ist mal eben ein Feuer in dem Gebäude. Ja. Wobei, ne, ich muss erst mal wissen, wie man Atemschutz anlegt. Alter, leckt das gerade. Leckt mich fett. Was ist denn das hier, Alter? Ich will doch, das ist doch aber kein... Ich wollte doch ganz gerne... Hä, ich hab doch ein Squad gespawnt. Warum das doch... Warum sieht denn das aus wie eine... eine Engine? Oh, bist du überhaupt gespawnt? Also stelle fest, die ganzen... Ähm... Was ist denn, wenn ich jetzt... Ich möchte jetzt eigentlich nur ein bisschen Feuer löschen, ne? So eine Steuerung... Ja, ich bin ja schon. Nuss... Da wird's nicht schlaufe in der Hand. Ja, doch, ich bin, glaube ich... Warte, ich war auch nochmal. Ich bin... Warte, das ist gerade. Ja. Das hast du gemacht. Ich hab's dran. Wir können losgehen. Hey, Leute. Okay, das... Ähm, löst sich. Ähm, Leute. Ich hab das andere Handy in der Hand. Mach das wieder ins Fahrzeug dran. Oh, jetzt will ich gerade. Ich will löschen. Mach's wieder ins Fahrzeug. Jetzt. Wann, lass mich mal kurz da ran. Hab ich's jetzt? Nein. Wann, nochmal. Wer hat denn das gerade gemacht? Na, ich hab ein Strahlrohr und da drücke eh. Was ist das hier? Der hat einfach mal nur ein Strahlrohr. Ne. Bring mal einen Schlauch her. Äh... Ich nehme ein bisschen das am Heck in die Hand. Nee, komm mal her, bitte kurz. Ohne was. Ja. Geh mal an die Ecke hier. Wann, mal. Ja. Jetzt hab ich Attack Line schon mal. Pass auf, jetzt drücken wir hier mal P. Ich hab hier Hose. Ja, ich glaub, da kannst du... Jetzt hast du wieder verbunden. Ja, warum ist die denn immer da drin? Jetzt bist du verbunden. Jetzt hast du... Genau. Hast du einen Strahlrohr schon in der Hand? Nein. Nee. Aber du hast eine andere. Ich glaub, die Karate hat nur ein Strahlrohr. Ja, ich kann's ja wieder hinlegen, weil ich wüsste wie. Das macht so absolut keinen Sinn. Ja, nicht wirklich. Return. Jetzt hab ich's wieder hingelegt. Jetzt hast du den Schlauch aber auch wieder da gelassen. Warum machst du denn so was? Ja, weil das der falsche Schlauch war, glaub ich. Äh, wie kann denn der Schlauch falsch sein? Das ist Hose Connection. Äh. Ja, wobei... Jetzt hab ich den Schlauch... Nee, hast du das zugeschlauchen. Jetzt probier mal, ob du das... Was? Jetzt einen Strahlrohr in die Hand nehmen? Habe ich eins in der Hand? Nein. Ich kann's nämlich auch nicht mehr auswählen. Doch, jetzt hier. Aber, ich hab nur... Fickab, nur so. Er ist doch der Strahlrohr, oder? Ja. Aber... eine Connection zu einem Hydranten herstellen. Wie mach ich das jetzt wieder? Aber das Ding hat doch einen Tank. Ja, aber das steht ja da. Weil jetzt, wo du die... Ähm... Äh... 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 Den Schlauch in den Innenangriff genommen hast, ist hier was grün geworden. Ich glaub, das ist nämlich die gelbe Leitung hier, die ich hier hab. Ja, dann versuch sie mal, an Dings zu ballern. Da ist ein Hydrant. Äh... Geht nicht. Wann mal, was können wir denn hier hinten machen? Pull... Relay... Nein... Also, R. So, jetzt hab ich da einen Schlauch, ne? Pass auf, da gehen wir jetzt mal hier ran. Ich glaub, das ist vielleicht dieser Seiten... Der zweiten Teil, kann das sein? Das Seitenteil? Also, seitlich ist noch ein Schlauch, aber der führt jetzt quer, was mehr, irgendwie... Ja, was kann ich denn hier vorne noch drücken? Das würde ja absolut keinen Sinn machen, oder? Ähm... Äh... Äh... Ich hab... Ich hab... Das... Das Schlauch von hinten nach vorne mit dem Fahrzeug verbunden. Das macht ja sogar keinen Sinn. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Äh... Aber ich hab doch jetzt mehr Attack Line... Ich rede nur mal Strahlruhe... Ja, hast du das vorhin als Strahlruhe gebracht? Ja... Was weiß ich? Hat sich das Rande? Hat sich das dran, ne? Ich mag mich was leichteres an... Das ist denn das ja... Horse Connection... Hab ich... Gibt's da auch andere Hydranten? Ich wickel sie mit nem Schlauch ein... Es gibt dieses Hydranten-Tool am Auto... Achso, nimm mal mit... Ah, hab ich... Ah, okay... Ich bin da, ganz gut... Ja, also sucht hier die Hydranten auf... So, los, Feuer... Ach, ich kann anschließen jetzt... Jetzt hab ich geschlossen, scheiße... Schließe ich an... Irgendwie checke ich das nicht... Probieren wir mit einer anderen Leitung vielleicht, ob das dann anschließen kann... Ey, warte mal... Ey, pass auf jetzt... Weil nacht immer geil aussieht... Wow, wie fett... Ach... Ja, war nacht, hast du nicht gesehen? Nein... Nacht... 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 Tag... Tag... Bei mir nicht... Ich kann es bei mir selbst umschalten... Achso, okay... Das ist ja dämlich... So, wie kriege ich das... Wie kriege ich das jetzt wieder weg? Okay... So kann ich mich grad an und aus machen... So, auf und zu... Ähm... Ja, was hab ich denn jetzt verbunden? Wo ist denn der Schlauch jetzt dahin? Was macht der denn da hinten? Lass uns einfach mal testweise eine neue Engine holen... Ja, okay... Hol zu? Ja... Ich warte ja mit meiner Drehleiter... Einfach mal schauen, was geht... Das war glaube ich 4 oder 2... Ne, 2... New... Engine... Engine 30... Ernt... Ich würd sagen... Wir suchen uns doch einfach mal das nächste Objekt... Das hier nicht so viel Scheiße rumliegt... Wo keiner weiß, wo es hingehört... Okay... Da komm ich mit... Pass auf jetzt... Ach nein... Wieder die falsche Taste... Pass auf... 2... Ich lösche einfach mal alles... Was wir nicht brauchen... Hab ich dich jetzt gelöscht? Ja... Entschuldigung... Na klar... Ja... Das läuft bei dir... So... Unit... Fire Department... 30... Ernt... Verarschen... Jetzt hab ich ne fette Ding... Ne fette Leiter... Also... Ich kann keine Engine mehr... Weil... Jetzt... Hab ich zwar ne... Hab ich zwar noch Wolle... Aber ich hab kein Fahrzeug... Ich glaube ich falsch... Zweite Partion... Engine... 30... 30... Geht scheinbar nicht... Verhalten mal... Engine... 49... Ah ja... Okay... Hast du jetzt was? Ja... Jetzt hab ich... Ich bin voll im Einsatz... Alter... Naja... Lass mal das... Äh... Kleinere Objekten eben... Wird mit den hinterher... Randen und wo... Ja... Verlust... Ich warte... So... Entschuldigung... Ich bin vor deinen Engine davor geballert... Versuchen wir hier mal unser Glück... Alter... Das Ding hat einen Wendekreis wie ein Panzer... Alter... Ja... Warte mal... Hier ist ne Haustür... Ist auch erst mal lustig... Dass ich... Gar keine Feuer... Äh... Leute... Wieso hab ich keine Feuerwerklammerten? Kannst du die anziehen? Ja wie... Geht ja nicht wenn ich äh... Doch... Geht... Default-Uniform mache... Geht's nicht... Netz... F3... Default-Uniform... Ja dann hat... Das ist doch anscheinend die Default-Uniform für den Typen... Kurze Hose... Und... T-Shirt... Ja gut scheiß drauf ne... Wer braucht schon... Okay also... Jetzt nochmal von vorne... Können Stahlrohr in die Hand nehmen? Hier ne Attack Line... Ey Marcel warte mal kurz... Ja... Ey steig mal vorne ein bitte bei mir... Ja... Ich hab grad noch was rausgefunden... Ja... Ich glaub ich weiß es geht... Ja... Steig mal ein ich will was probieren... Und fahr mal... Dann fahr mal das? Ja... Och ne ne... Doch ich werd das probieren... Lag grad eben könnte ich rein oder... Jetzt machs grad da... Warte... Ne das ist open... Kannst einsteigen... Du kannst nicht einsteigen? Ne... Kannst du hinten einsteigen? Nö... Ah... Das liegt glaub schon an meiner Uni... Doch doch du bist drin... Doch... Pass auf jetzt... Bin ich zwar nicht... Aber ich bin drin... Kannst du lenken? Äh... Nö... Okay... Dann fahr ich wieder hin... Bei mir packt das gerade so hart rum... Ne... Ja... Das desinkt hart... Boah... Läu... Wir springen... Boah... Ne... Das geht gar nicht klar... Lass mich aussteigen... Äh... Wie hast denn du den Helm vorhin abgezogen? K glaube ich... Oder so... Ja... So... Also... Jetzt... Nochmal eben kurz probieren... Jetzt kann ich nicht mehr aussteigen... So... Und... Uniform... Ja... Ja... Lerun kann ich jetzt nicht mehr aussteigen... So... Jetzt hier hingehe... Und mir mein... Malware hole... Dann an die... Lose ist... Tension Lose... Post End... Theoretisch... Jetzt bin ich officer alter... Ja... Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's... Ich hab's gemacht... Ja... Ich hab's... Ich hab's gemacht... Ich will mit spielen... Warte... Geh... Nimmst dir hier... Also... Hol mal ne engine... Pack mal die letter weg... Und hol mal ne engine... Warte... Ja... Aha... Alles klar... Alles klar... So geht das aber so... Dein Profi... Ah... Profi... Als Beispiel... Wissen zu voll... Wenn man so pass auf enden... Kommt... Nein... Gut... Es ist perfekt... Äh... Lord... Okay... Ich kann jetzt mit dem Strafroderischen ohne Staufen reinfahren... Nein... Oh ja... Darüber liegt's hier vorne... Alles klar... Run... Die sinkt ne... Das ist so pervers... Naja... Das ist... Okay... Gut... Hol dir einen Strahlbau? Ähm... Jetzt die Frage... Wo kriege ich's bei dieser engine? Hier vielleicht... Wo ist denn jetzt das Strahlrohr bei dieser fuck engine alter? Ach der Hilfe Koffer... Okay... Ja... Nein... Ach ich hab... Strahlrohr hab ich ja... Gehst du hin... Moment... Ähm... Jetzt vorne und dann schnell mal ein Griffling... Ja... Du bist cool... Ja... Hast du das nicht in der Hand ne? Doch... Ja... Ja... Probier mal Wasser abzugeben... Nein... Warte... Dann muss ich nochmal... Du gehst auf diese Hand... Wenn du FTRG drückst... Dann auf diese Hand... Equipment... Und dann hast du dein Strahlrohr... Ja... Ach... Leck mich... Jetzt muss ich natürlich noch die Pumpe starten... Das ist geil, ne? Das ist geil... Pass auf jetzt... Ich glaub nämlich so kriegst du auch ein Gekrand auf... Aber es passiert nichts... Soll ich Wasser abgeben würde... Das musst du machen... Ähm... Normalen Mausklick... Ja... Irgendwas... Ist auf den Schlauch fallen lassen... Scheiße... Guckle doch mal... Aber... Wie hast du die Tür vorhin aufgekriegt? Ähm... Na ich bin da rangegangen... Hab mit Steuerung... Auf die Tür dann... Ach mit Steuerung... Dann hat das Menü geöffnet... Und dann war da so ne Tür... Wenn du ne Halligen Tür in der Hand hast... Ah... Ja... Was? Was? Kick? Geht das auch mit Kick? Ich weiß nicht... Hab ich nicht probiert... Also jetzt habe ich nicht schlau... Ich kann aber noch kein Wasser abgeben... Und ein Schauer... Guck gleich noch mal bei mir... Wie das bei mir war... Aber ich konnte auf jeden Fall abgeben... Hat ja gesehen... Äh... Ist das normal... Ja... Du musst dann irgendwas drücken... Ich hab da einfach... Da tausend was gedrückt... Und dann ging's... Keine Ahnung... Ich bin jetzt zur Behinderung eigentlich... Bis gleich habe ich vielleicht... Keinen Tank doch... Was rückst du denn tausendmal? Ja ist auch... Warte mal... Hier mal mein Ding zurück... Und dann... Wie kann ich denn alles wieder abbauen... Wenn ich möchte... Das habe ich schon nicht rausgefunden... Hand... Sparrohr... Kicker... Hand... Jetzt mein Strang vorher hin... Du hast das an... Am Gürtel... Irgendwie... Ja? Ja... Ich auch... Ich hab nur noch... Ich hab nur noch... Na jetzt... Du musst wieder auf dem Boden... Wie kann ich denn die Schlauchverbindung erst mal trennen? Einfach wieder ein Fahrzeug und Q drücken... Okay... Ja... Dann bin es... Dann... Ich glaube jetzt habe ich es... Verbunden bei mir? Hm... Verbunden sieht es aus... Ja... Aber auch ich kann jetzt kein Wasser abgeben... Du hast schon mal was... Auf jeden Fall abgegeben... Ne... Du hast noch kein... Warte... Das habe ich wieder ausgemacht... Jetzt... Wollen wir mal... Naja... Noch nicht... Der ist hier mal schon jetzt von uns beiden... Fick dich... Meine Fresse... Das kann nicht so schwer sein... Aber ich kann es sich dann machen... Hey... Ich kann auslechnen... Man... Ich habe halt... Ich habe halt Dauer auf dem Strayboden an... Du weißt nicht wie es ablägt... Du kannst auf jeden Fall mit der Hand... Das benutzen musst du in der Hand... Ah... Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal nichts mehr in der Hand... Ich habe noch nie so ein dämliches Spiel gespielt... Das ist lustig... Also es ist lustig... Wie man Wasser abgeben kann... Und ich habe nur noch eine... Du kannst ihm eine ganze Zeit aufzeigen... però... Ich muss ja auch... Und ich habe auch nicht mehr die Art... Und sie habe nun... Das könnte man eine Atemschutzmaske anlegen... absolut nicht ich glaube mit n oder b oder so packt man wieder dinge weg n oder wie wie kann ich denn jetzt hier die verbindungen so dass es jetzt erstmal alles ab ich glaube ich hab den eingang gefunden für dann machen wir also ich habe jetzt auch so weit bin ich auch schon mal dass ich das in die hand nehmen kann aber warum gibt er bei mir absolut kein wasser ab bei mir gibt er jetzt auch kein wasser oder warum auch immer vielleicht habe ich den damen schon leer gespielt naja du hast noch was dran also zeig dir zumindest an du hast erst was ich ans kleinen balken raus genommen ich hab das doch vorhin so angeschlossen gehabt schon konnte doch direkt wasser abgeben das ist gar nicht mal so leicht aber ich kann ich jetzt was auf jetzt wirklich das mal gepackt ist weg habe ich kriege ich wie komme ich jetzt zum beispiel an die leitern da oben ran frage ich mich gerade ich hab hier leitern auf dem dach ms bag feuerlischer und möchtest du aha also über die dachkanone kann das schon mal vergeben ja das gemacht der kennen gehen und dann mit dem aus dass man mit der falltasten bewegst du die ja tatsächlich kann ich mal anzünden ich könnte das anzünden welches gebäude sind das weiß ich nicht also welche f1 drücke passiert zum beispiel schon mal gar nicht warum muss feuer ich doch nicht das geht nur beim haus ja ich drück die ganze zeit aus das passiert halt nicht also es öffnet sich nicht probier mal ich guck mal welches gebäude das ist wieso kann ich nichts anzünden kann ich das vielleicht ist das das was du am spiel start machen muss vorstelle da ist das vielleicht da ist da ist da ist es regnet es gibt halt Videos, aber die gehen ellenlang, wo was erklärt wird oh ne, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr also wir wissen, wie die Türen aufgehen wir wissen, wie man die Schlauchverbindung macht aber was ich jetzt noch gerne probieren würde, wäre tatsächlich ähm zum Hydrant weil jetzt, wo ich weiß, wie dieses Handmenü funktioniert na, Hydrant ist ja eigentlich du nimmst von hier vorne ich habe eben eine Tool mit, zum Öffnen ähm, ja, wenn ich weiß, wo meins ist aber hier ist ein Hydrant ah, ich habe es gefunden, ok so, das habe ich wo bist du? da ist die US-Tipp auch eine dran oder so aha ist auf mach nochmal zu warum 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 kann ich nicht öffnen? ich habe da gar kein Tool in der Hand gehen wir weiter weg mit deinem Tool gut auch ein paar Meter aha ich kann, wenn du in der Nähe bist kann ich das mit deinem Tool machen das ist echt bin dort soll ich mal aufmachen? so so Hydrant ist auch dann verpisse ich mich mal mit der Leitung geht es schon mal nicht was geht es mit der Seitenleitung ich muss mir das zu machen ich muss mir das zu machen ich muss mir das zu machen ich darfst du auch mal ein Video dazu sehen bitte für mich nicht wir К Poppy nicht wir können noch nicht 2 3 4 5 5 5 Klyline. Klyline ist doch eigentlich verbindend. Ja, das ist so, ja. Ja, was? Gut, ich geh mal dazu, einfach mal ein Video zu gemüt und dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht einfach mal testweise sowas noch zeigen. Ja. Ich hab schon gesehen, es läuft definitiv. Ich sage wie. Ja, würde ich auch so machen, ja.